Was für eine schöne Osterüberraschung! Na, wer sitzt denn da kuschelnd und turtelnd in der Sonne und genießt den Ausblick auf die traumhafte Berglandschaft? An Ostersonntag, 9. April, teilt Let's Dance Moderatorin Viktoria Swarovski einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal, der die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Die 29-Jährige ist offenbar nämlich frisch verliebt. Und sie verrät uns auch, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Er verleiht der Liebe von Let's Dance Moderatorin Viktoria Swarovski Flügel. Kein Hase ist mit dir vergleichbar, schreibt Viktoria Swarovski zu dem Kuschelfoto und wünscht ihren Fans damit schöne Ostertage. Aber wer ist denn nun der neue Mann an Wisses Seite? Es handelt sich dabei um Mark Mateschitz, den Sohn von Red Bull, Boss Dietrich Mateschitz, 78, den die 29-Jährige auf dem Schnappschuss verlinkt. Er scheint der Moderatorin von Let's Dance, hier auf RTL Plus streamen, nun in Sachen Liebe sprichwörtlich Flügel zu verleihen. Für Witschi nach dem Eheaus mit Werner Mürz genau das Richtige. Immerhin waren die beiden sechs Jahre lang verheiratet. Im Video, Eheaus bei Viktoria Swarovski und Werner Mürz Let's Dance Family, freut sich mit verliebter Witschi. Dass Witschi nun wieder im siebten Liebeshimmel schwebt, freut auch die Let's Dance-Familie. So lassen unter anderem Tanzjuroren Mozi Mabuse und Profitänzerin Katrin Menzinger zahlreiche Herz-Emojis unter dem Pärchenfoto da. Was für eine tolle Osterüberraschung! Was für eine tolle Osterüberraschung! Witschi Witschi Witschi